Dieser Universal-Hohlraum-Anker ist für schwere Gegenstände. Der Anker aus Stahl können Sie ganz einfach hinter der Platte bringen, mittels die Montagestreifen aus Kunststoff. Einfach abbrechen und Bolzen eindrehen. Und beim Ausdrehen bleibt der Anker an der gleichen Stelle. Es sind Hohlraumdübel, die Sie schnell und leicht montieren können. Einfach zusammenfalten, einstecken und mit dem roten Stift die große Tragplatte bilden. Das gibt starke Haltekräfte. Und beim Eindrehen der Schraube dreht der Dübel sich niemals mit. Der Gipsplattendübel ist selbstbohrend. Sie sparen sich also das Vorbohren. Und mit dem gleichen Werkzeug drehen Sie auch die Schraube ein. Starker Halt durch extra Verankerung hinter der Platte. Diese Universal-Dübel sind auch sehr geeignet für schwierige Baustoffe, wie zum Beispiel Porenbeton und Kalksanstein. Wenn Sie die Schraube eindrehen, egal dünne oder dicke, dreht der Dübel niemals durch. Sondern wächst mit der Schraube mit und umschließt die Schraube fest und sicher. Das Endergebnis eine super starke Bewässigung. Das Endergebnis eine super starke Bewässigung. Das Endergebnis eine super starke Bewässigung. Vielen Dank.